1973. Ich werde es nie vergessen. Ein Marsch der Vereinigten Staaten, ein Angriffskrieg letzten Endes auf Chile. Allende hat sich in die Luft gesprengt. Luis Corvalan, der Parteiführer. Pablo Neruda. Volodia Teitelbaum, alle solche kostbaren Namen. Victor Hara, dem man die Hände gebrochen hat, weil er Gitarre spielen wollte. Ja, und warum? Weil den Amis ein sozialistischer Staat ein Dorn im Auge war und deswegen hat Henry Kissinger, CIA-Chef und dann Außenminister, dafür gesorgt, dass Allende aus dem Amt gebombt wurde. Davon hört man gar nichts mehr, oder? Ja, wir sind nicht nachtragend, aber wir vergessen auch nichts. Und jetzt steht Henry Kissinger im Fernsehapparat und erzählt, es war ein großer Fehler von Merkel, all die Leute reinzurasen. Pass mal auf, Henry. Das Erste, wenn ein Krieg beginnt, ist, wohin gehen die Flüchtlingsströme? Wer hat diese Kriege gegen den Irak, gegen Syrien, gegen Libyen? Wer hat sie angezettelt? Der Jemen, jetzt letztendlich auch mit dabei. Die Vereinigten Staaten. Sie wussten ganz genau, wohin die Leute gehen. Und deswegen sage ich, das ist einfach nur infam. Und da wünschte ich mir auch mal von Dunn wie Halali eine Kritik an solchen Äußerungen. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Und nicht, weil er aus den Vereinigten Staaten kommt und Henry Kissinger heißt, wird das nur alles salbungsvoll, weil er 100 ist. Irgendwie hat er gar nichts begriffen, geschweige denn was dazugelernt. Bevor ich mich in Rage rede, weiter. Also, ich convey das nicht nur fast auf dem Krils negó. Dass ich mich in Rage rede, hormone5 wilt sein. Mühe würde das nicht verwenden. implementмотрите, den in Rage.